Jetzt kommen wir zu einem Stück von mir, das Rom-Balkan heißt. Also, da ich ja aus dem Balkangebiet komme, kann ich euch ein eigenes Stück vorstellen. Zwischendrin kommt ein südamerikanischer Hit aus den 90er Jahre und ich bin mir ganz sicher, dass den alle kennen. Ich habe nur die schöne Melodie da eingebaut, aber das Stück ist selber von mir und egal was ihr jetzt hört und was daraus kommt, müsst ihr alle wissen, alles ist live gespielt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.